Hallo, ich bin Yvonne. Ich bin heute für HR in Zeit unterwegs, um die Leute zu befragen, was sich wohl dahinter verbehren könnte. HR in Zeit? Haben Sie davon schon mal was gehört? Könnten Sie sich vorstellen, was das sein könnte? Nein. Sag mal, hast du schon mal was von HR in Zeit gehört? Nee. Haben Sie eine Vorstellung, was das vielleicht sein könnte? Keine Ahnung. HR in Zeit? Eine Zeitung? Weiß ich nicht. HR in Zeit. Alter in der Zeitung. Keine Ahnung. HR in Zeitung. Aber bei mir nicht. Ein Instrumentalstück für HR in Zeitung. HR in Zeitung. Richtig, lass krachen. Okay, hier geht's los.